Der Rechtsbegriff des Gläubigers ist eine Lehnübersetzung des italienischen Kreditore, das auf Credere zurückgeht. Ein Gläubiger glaubt demnach seinem Schuldner, dass dieser die Schuld erbringen wird. Im Schuldrecht wird als Gläubiger bezeichnet, wer von einem anderen, dem Schuldner, eine Leistung fordern kann. Die Rechtsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner wird als Schuldverhältnis bezeichnet. Die Gesamtheit derjenigen, die Forderungen gegenüber dem Schuldner haben, wird als Gruppe der Gläubiger bezeichnet. Zur Durchsetzung machen diese einen Anspruch geltend. In der Zwangsvollstreckung ist Gläubiger derjenige, der aus einem vollstreckbaren Titel vollstreckt. Schuldner ist, gegen wen aus dem vollstreckbaren Titel vollstreckt wird. Im schweizerischen Sprachgebrauch hat der Begriff Gläubiger in einer Betreibung lediglich die Bedeutung Betreibende. Mit anderen Worten ist Gläubiger diejenige Person, deren Forderung vollstreckt. Zu deren Gunsten also das Schuldbetreibungsverfahren durchgeführt werden soll. Im Insolvenzverfahren vertreten die Gläubiger ihre Interessen gemeinschaftlich. Hauptorgan ist die sogenannte Gläubigerversammlung, 74 in so. Die Gläubigerversammlung trifft die wesentlichen Entscheidungen im Insolvenzverfahren. Daneben kann von der Gläubigerversammlung noch ein Gläubigerausschuss eingesetzt werden, der den Insolvenzverwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben unterstützen und überwachen soll, 69 in so. Der Gläubiger wird häufig mit dem wirtschaftlich Berechtigten gleichgesetzt. Obwohl die Gläubigereigenschaft und die wirtschaftliche Berechtigung häufig in einer Person zusammenfallen können, ist ein Auseinanderfallen beider Eigenschaften durchaus möglich.